Was kann man wirklich tun, wenn man abnehmen möchte, aber nicht kann, vielleicht eine Esssucht hat oder ähnliches, das Ganze klappt nicht, auch vom Kopf her. Dazu hatten wir uns letztes Mal auch in einem Livestream unterhalten, denn ich habe auf Twitch, 19 Uhr jeden Abend, findet ihr auch unten drunter, habe ich ein Video angeschaut mit einem sehr übergewichtigen 190 Kilogramm, der sich selber in eine Opferrolle begeben hat und gesagt hat, ich werde diskriminiert, weil ich übergewichtig bin und die Diskriminierung bestand eigentlich nur darin, dass andere ihm auch gesagt haben, du bist übergewichtig, du solltest vielleicht abnehmen, weil es ungesund ist und er hat irgendwo in Restaurants etc. keinen Platz bekommen, wo eben Menschen mit 190 Kilogramm ordentlich sitzen können. Ja, dass das natürlich dann nicht der richtige Weg ist, sich in eine Opferrolle zu begeben und zu sagen, alle anderen müssen sich an mich anpassen, sondern ich muss mich ja eigentlich an ein normales Gewicht anpassen. Das sollte jedem eigentlich schon klar sein und das wäre zumindest schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung eben abzunehmen, wenn man sich selber einfach mal bewusst macht, dass das, was man gerade macht mit 190 Kilo nicht gerade gesund ist und damit natürlich auch Folgeerkrankungen kommen, dass man eher im Krankenhaus landet und so weiter und so fort. Das ist eine Belastung, natürlich auch fürs Gesundheitssystem, aber lassen wir das mal außen vor. Es geht ja um die eigene Gesundheit, an die man eigentlich denken sollte. Dieses ganze Body Positivity Zeug und so weiter trägt natürlich dazu bei, dass Menschen sich in die Opferrolle im Endeffekt begeben und dann sagen, ja, ich muss ja gar nicht abnehmen, das ist ja völlig normal und was sollte ich denn da eigentlich tun? Ich fühle mich noch gut, ja, das tragen die ganzen Leute dann nach außen, gerade auf Instagram etc. Wobei es sich dann meistens eben um relativ junge Frauen auch handelt, 25 Jahre alt oder so, die natürlich jetzt noch nicht die Probleme haben, die man dann später vielleicht mit 35 oder 40 dann bekommt. Halt Gelenkschmerzen, was er auch hatte, Rückenschmerzen, konnte keine 5 Meter gehen ohne Rückenschmerzen und solche Geschichten und natürlich dann solche Dinge, die dann kommen wie Diabetes und Krebs und hier und da und dann stehst du da am Ende natürlich auch. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo man erstmal sich selber bewusst machen sollte, dass man selber einen Fehler an sich hat, dass man selber entsprechend ungesund ist und dass man da etwas ändern muss. Wie man das jetzt ändert, das ist natürlich eine andere Geschichte, aber dass man etwas ändern muss, ist schon mal der erste Schritt und sich nicht hinzustellen und sagen, ich werde diskriminiert, weil es hier keine Stühle für Übergewichtige gibt. Ja, das ist nun mal eben Marktwirtschaft und so ein Stuhl kostet dann in der Produktion zum Beispiel auch deutlich mehr. Also, was tut man dann, wenn man sich endlich mal bewusst geworden ist, dass man vielleicht doch etwas ändern sollte? Dann geht es daran, erstmal zu gucken, warum bin ich überhaupt übergewichtig geworden? Das ist in den meisten Fällen nun mal ein Kalorienüberschuss. Ganz klar, man hat zu viel gegessen. Dann gibt es nichts mit Hormone oder Sonstiges. Es gibt auch keine Gene, die dazu beitragen. Und selbst wenn du einen Tumor im Gehirn hast oder ähnliches, der bei vielen Menschen dazu führt, dass sie eben schneller zunehmen, ist es am Ende trotzdem eine Kalorienbilanz, die eingehalten werden muss. Alles andere, irgendwie Insulin und solche Geschichten, Insulinmodell, alles was es da so gibt, ist im Prinzip Quatsch, weil es dann am Ende doch auf eine Kalorienbilanz ankommt. So, sich der Sache bewusst zu werden, ist natürlich auch wichtig, dass es eben am Essen liegt, dass es an fehlender Bewegung wahrscheinlich liegt. Ja, also mehr Kalorien verbrauchen durch Bewegung, weniger aufnehmen durch Essen. Und das wäre dann eigentlich das Ziel, was man dann erreichen sollte. Jetzt gibt es aber das ganz große Problem, was eben auch viele unter diesem Video geschrieben haben. Man hat einen inneren Dämon um sich, den man eben nicht bekämpfen kann. Die Willenskraft, die ist eben nicht so stark, um eben gegen diese Esssucht voranzugehen. Da schreiben auch viele, dass es eben sowas ähnliches ist. Kalorien-Sucht, ja, Esssucht, Sucht nach Kohlenhydraten und allen möglichen anderen Sachen, die natürlich so ähnlich wirkt wie eine Drogensucht. Das ist im Prinzip natürlich etwas Ähnliches. Man hat seinen Körper darauf trainiert und Hormone haben sich auch entsprechend angepasst, dass ich natürlich die ganze Zeit Hunger habe, die Sucht immer wieder befriedigen muss. Da spielen dann eben auch solche Sachen wie Sättigungshormone, Leptin und so weiter eine Rolle. Dann werden deine anderen Hormone runtergefahren, solche Sachen wie Testosteron etc., die dich eigentlich dazu animieren sollten, dich ein bisschen mehr zu bewegen und solche Geschichten. Die werden dann runtergefahren und das Einzige, was du halt nur noch in deinem Teufelskreis am Ende hast, ist eben Essen, Essen, Essen. Dopamin ausschütten, also Glückshormone durch Essen werden dann ausgeschüttet. Alles andere ist dann völlig egal. Das heißt, wenn man so ein bestimmtes Gewicht erreicht hat wie 190 Kilo, dann bist du natürlich in so einem richtigen Käfig im Endeffekt gefangen. Und da wieder rauszukommen, ist natürlich eine psychologische Sache. Und da muss man dann gucken, was könnte einem individuell eben helfen. Ja, deshalb ist es auch so, dass ich eben individuelle Ernährungsberatung anbiete. Deshalb sage ich auch immer, ich möchte eigentlich nicht irgendwelche allgemeinen Ernährungspläne jetzt rausklatschen, die dann für alle gelten, weil es tatsächlich sehr individuell ist. Bei über 200 Leuten, die ich mittlerweile schon im Coaching hatte, ist es eben so, dass man einfach merkt, dass jeder andere Stellschrauben hat. Der eine hat vielleicht Stress auf Arbeit, der andere mit der Familie, der eine nimmt zu viel Koffein, der andere bewegt sich zu wenig oder falsch oder isst einfach das Falsche. Und deshalb muss man sich irgendwie mal klar machen, was ist eigentlich der größte Punkt in meinem Leben, der mich davon abhält, entsprechend auch psychisch vielleicht ein bisschen zu entspannen und dann die Ernährung umzustellen. Ist es vielleicht der Stress, warum ich die ganze Zeit esse? Habe ich den ganzen Tag über so viel zu tun oder Stress, dass ich das kompensieren muss eben mit so einem Dopaminausstoß durch die Esssucht im Endeffekt? Gibt es nicht irgendwelche Alternativen, die ich machen kann? Meistens ist es so, dass viele aus Langeweile einfach essen. Man sitzt dann abends oder den ganzen Tag zu Hause. Wenn du 190 Kilo wiegst, dann bist du sowieso nirgendwo mehr auf der Arbeit unterwegs. Dann sitzt du nur noch zu Hause in deinem Sessel und Sonstiges und machst einfach gar nichts. Du hast keine Hobbys, hast natürlich sowieso keine Bewegungssachen, die du machst und solche Geschichten. Das heißt, sich vielleicht irgendwie mal Ablenkung zu suchen, rauszugehen, rauszufahren, ob das jetzt die Natur ist, ob ich Minigolf spielen gehe oder Sonstiges. Ablenken, irgendwas tun, damit man eben nicht ans Essen denkt, weil man sowieso nichts anderes zu tun hat, weil ich sowieso den ganzen Tag hier irgendwie am PC sitze oder vorm Fernseher sitze, sondern da mache ich etwas anderes und habe dann eben durch diese anderen Tätigkeiten, die ich mache, habe ich dann eben auch Dopaminausstoß, ich habe eine Fettverbrennung, die angeregt wird und solche Geschichten. Ich muss ja noch nicht einmal großartig Sport machen, aber zumindest irgendetwas zu tun, das ist schon mal der erste Schritt, den ich mir überlegen sollte. Und dann ist es eigentlich völlig egal, was ihr da großartig macht. Hauptsache, ihr seid irgendwie ein bisschen abgelenkt. Ihr habt woanders eben eure Glückshormone, die ein bisschen ausgeschüttet werden. Und das ist zumindest dann schon mal eine Sache, auf die man hinarbeiten kann. Da muss man natürlich gucken, dass generell der Hormonhaushalt vielleicht ein bisschen besser gestellt wird. Kann man auch mal mit dem Arzt besprechen, ob man da eine Ersatztherapie macht oder ähnliches zumindest dann für den Anfang. Mal die Hormone bestimmen lassen, wie sieht es aus mit den Schilddrüsenhormonen, ist da wirklich vielleicht eine Unterfunktion oder ähnliches, die mich natürlich dann auch immer wieder triggert, entsprechend schnell anzusetzen. Und ich muss mir am Ende dann auch, natürlich, wenn ich dann auch in irgendeiner Weise meine Sucht loswerden möchte, muss ich mir natürlich Hilfe suchen. Deshalb, wie gesagt, die individuelle Ernährungsberatung ist da immer sehr wichtig. Man kann auch gerne ein Gespräch mit mir buchen, auf Skype oder sowas, wo wir dann eben mal gucken, was für dich jetzt individuell dann eben auch ein Ziel ist. Ich habe auf Patreon, habe ich auch eine Liste veröffentlicht, die ja aufgrund eines Videos von mir, vor drei oder vier Videos, glaube ich, basiert, wo man sich mal überlegen kann, warum möchte ich abnehmen? Tut mir die Knie weh? Komme ich die Treppen nicht mehr hoch? Und solche Geschichten. Habe ich andere gesundheitliche Probleme? Fühle ich mich in meinem Körper nicht mehr wohl? Machen mich andere darauf aufmerksam? Solche Geschichten einfach mal sich durchzulesen, anzukreuzen. Und dann muss die Motivation, das zu ändern, größer sein als die Esssucht am Ende. Weil es gibt auch viele Menschen, die natürlich so dann auch von Zigaretten loskommen. Schaut euch deshalb an, wie andere Menschen mit anderen Süchten zurechtkommen und macht euch bewusst, dass ihr eine Esssucht habt. Sonst würdet ihr nicht zu viele Kalorien essen. Und mich natürlich auch eingeschlossen. Also bei mir ist es auch so, wenn ich da mal so Phasen habe, beispielsweise über Weihnachten oder im Urlaub oder ähnliches, dann ist es auch so, dass ich da natürlich genauso wieder am Ende nach zwei Wochen, nach zwei, drei Wochen, wenn ich dann eben mich die ganze Zeit irgendwie so mal ein bisschen voller gefressen habe, dann nehme ich natürlich auch mal ein, zwei Kilo zu. Und dann ist das vom Körper auch wieder eine Sache, wo ich dann von dieser Geschichte wieder loskommen muss. Und da mache ich mir eben auch einen Plan. Ich mache mir dann ganz genau Gedanken darüber. Ich möchte meine Wettkämpfe wieder machen. Ich möchte wieder schneller werden. Ich muss das Gewicht wieder runterbekommen und so weiter. Und das ist eine größere Motivation, als sich dann eben jeden Tag irgendwie eine Pizza oder Sonstiges reinzuschieben. Also ihr müsst wissen, was euch dann motiviert abzunehmen. Und die Motivation muss groß genug sein. Gleichzeitig Ablenkung ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Stressreduzierung ist sehr wichtig. Sowas kann man immer sehr gut machen, wenn man vielleicht auch dann mal, also wartet nicht darauf, aber trotzdem im Urlaub solche Geschichten. Viele gehen ja bei Süchten, gehen die ja auch dann eben in Kur oder ähnliches. Und da sollte man sich die Sachen abgucken. Das heißt, wenn ihr wirklich Probleme habt anzufangen, schaut euch Dinge an, wie das Süchtige machen, wie das dort gehandhabt wird. Und dann könnt ihr davon eben Dinge auch rausziehen, die ihr dann selber auf euch anwendet. Ansonsten könnt ihr gerne nochmal drunter schreiben, ob ihr noch detailliertere Tipps haben wollt, was man dann vielleicht ganz genau machen kann. Klar, es gibt auch viele andere Tipps, wie irgendwelche Bittersachen konsumieren oder so, dass man da vielleicht weniger Hunger hat und hier und da. Vielleicht kriegt man die Hormone wieder ein bisschen besser, irgendwelche Supplemente oder solche Geschichten. Aber alle Diäten nützen am Ende einfach gar nichts. Wenn du eine Diät machst, einfach nur ohne dir bewusst zu machen, was da los ist, dann wird das am Ende nicht funktionieren. Also das zu dem Thema nochmal, wie man seinen inneren Dämon dann eben besiegt. Und was viele Menschen davon abhält, abzunehmen, ist einfach der Kopf und die Sucht. Es ist eine Sucht, weil Hormone involviert sind, weil entsprechend der ganze Körper darauf programmiert ist, immer wieder diese Kalorienmenge aufzunehmen. Und ihr müsst gegen euren eigenen Körper natürlich am Ende ankämpfen. Und das ist natürlich nicht einfach. Aber es funktioniert. Und das funktioniert für jeden da draußen, wenn man an der richtigen Stellschraube eben dreht. Und deshalb kann auch jeder abnehmen. Und das zeigen tatsächlich auch Studien, die ganz klar zeigen, dass wenn man mit dem Menschen eben direkt zusammenarbeitet, dass man dann eben sehr viel größere Erfolge hat, als wenn man einfach nur irgendwie sich irgendwelche Diätprodukte oder Shakes oder sowas kauft. Ansonsten schaut mal auf poke.coach. Da gibt es einen kostenlosen Fragebogen. Ihr findet hier verschiedene Angebote auch, die ihr gerne wahrnehmen könnt. Und ja, also man kann ein Gespräch machen, man kann aber auch ein Ernährungscoaching machen. Das ist von den meisten immer das, was die meisten eben auch wirklich weiterbringt. Hier findet ihr Erfahrungsberichte. Und wenn gewünscht, zeige ich euch mal ein paar Detailbeispiele. Wenn die Leute dann eben sagen, darfst du ruhig zeigen, dann zeige ich euch das gerne mal im Detail, wie sowas dann eben aussieht, wo man motivieren kann, was man vielleicht ändern kann. Und das bringt euch dann eben wirklich weiter. Füllt den kostenlosen Fragebogen einfach aus. Daumen hoch, teilt auch dieses Video gerne mal auf Facebook, Twitter oder sonst wo, damit vielleicht andere Menschen auch sehen, dass man etwas tun kann. Ansonsten abonnieren, gerne spenden und auf Patreon unterstützen. Das wäre super. Da findet ihr dann eben auch noch weitere Informationen zu solchen Dingen. Bis dann und ciao. Dieses Video wird präsentiert von poke.coach, deiner Internetadresse für höchst individuelle und professionelle Ernährungspläne und Coachings.